Musik In der Mittagspause schnell eine Folge der Lieblingsserie schauen, auf Reisen mit dem Tablet streamen oder ganz einfach den Blockbuster zur eigenen Prime-Zeit sehen. Video-Nemand macht's möglich und hat in den letzten Jahren zunehmend an Popularität gewonnen. Egal ob Serien, Filme, Dokumentationen oder Musikvideos, nach nur wenigen Klicks sehen Sie genau das, was Sie möchten und genau dann, wann Sie es wollen. Stellt sich nur die Frage, welcher Streaming-Dienst passt zu mir? Bei dieser Entscheidung sollten Sie viele wichtige Faktoren beachten, wie zum Beispiel die Auswahl und Aktualität der Filme und Serien, die verfügbare Streaming-Qualität oder ob ein Offline-Modus angeboten wird. Betalio.de hat die bekanntesten Video- und Demand-Dienstleister für Sie auf Herz und Nieren getestet und bietet neben dem Betalio Top-Ranking detaillierte und aussagekräftige Testberichte zu jedem Kandidaten an. Aus über 150 Kriterien können Sie durch das Filtersystem der Website ganz gezielt Ihre Präferenzen anzeigen lassen. Somit gehen Sie sicher, für Ihr Geld das beste Angebot zu bekommen. Ob einer der Marktführer für Sie die richtige Wahl ist oder Sie mit einem kleineren Anbieter besser fahren, mit uns finden Sie den Service, der zu Ihnen passt. Viel Spaß beim Streamen wünscht Ihr Team von Betalio.de